Liebe Gäste, ich habe euch ja mehr Shorts versprochen und jetzt werde ich schon direkt loslegen, damit es nicht gleich einreißt zu Beginn. Es ist eine Zeit der Jahresrückblicke jetzt und ich möchte euch den Jahresrückblick 2023 vom Fairtalk-Team vorstellen. Entscheidet selbst, ob das den Namen verdient hat, aber die Sendungen von Fairtalk sind alle sehens- und hörenswert. Ich wünsche euch viel Spaß und schöne Feiertage denen, die das begehen und bis zum nächsten Jahr. Tschüss! Vielen Dank!